Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Welcome or welcome back on my channel. I thought today we will do something, well, not simple, but in a sense simple. Wir machen heute ein bisschen was, in Anführungszeichen, Einfaches. Ich habe mir von Cricut bedruckbare Vinylfolie besorgt und habe von creativefabrica.com das Bild genommen und habe mir dieses ausgedruckt. So I found from Cricut, it's printable vinyl and I found this image on creativefabrica.com and printed out this image on my vinyl. I will link everything in the description box. I'll have a link for you for creativefabrica. It's an awesome website. You have access to, I don't know, 500.000 files and it's just, I think, a dollar in the first month. And then it's 9.99 for following month, but it's absolutely worth it. Ich habe euch creativefabrica, das verlinke ich euch in der Beschreibungsbox einmal, weil man hat wirklich den ersten Monat, glaube ich, für ein Dollar und danach liegt das, glaube ich, bei 9.99 oder so. Und man hat wirklich Zugriff auf, ich weiß es nicht, 500.000 Dateien von SVG-Dateien für den Plotter über Bilder. Das ist echt total klasse. Ich habe das Ganze ausgedruckt und habe es anschließend einmal mit Klarlack ein bisschen besprüht. Die Folie, dieses Vinyl ist normalerweise matt und einfach um die Farben beim Auftragen, um diese Folie ein bisschen zu schützen, habe ich es eingesprüht. Und zwar habe ich von Dippon, das ist eigentlich kein Klarlack, es ist eigentlich eine Gummierung. Ich habe von Dippon, auch die Dippon-Seite habe ich euch verlinkt, von Dippon gibt es, das nennt sich Candy Dip, Automobil Sprühfolie in Transparent. Die ist so ein bisschen, jetzt fliegt mir schon alles runter, ein bisschen gummiartig und die macht das Vinyl super flexibel und Harz hält auch drauf. So I didn't take spray paint, I took from Dippon, I will link the Dippon-Website in the description box as well with a coupon code. It's more like automotive, it's removable automotive liquid spray wrap. So it's removable, but we will put resin on top, so obviously it doesn't really matter. And it makes your vinyl kind of, yeah, kind of this, when you have vinyl in your hands, it's like this plastic feeling kind of, and this was more paper. So with this wrap, it's more like vinyl feeling and it gives a little bit more flexibility. And I just really love sealing my vinyls with this one. I drew a straight line, I didn't have any tools for this, so I just took a perfume bottle, placed it right next to my Tumblr and tried to draw a straight line. It didn't really work, so I struggled with my vinyl, but anyway. Okay, ich habe mir eine gerade, also versucht eine gerade Linie zu ziehen mit einer Parfümverpackung, habe die einfach daneben gestellt. Hat nicht wirklich funktioniert, ihr seht das gleich, das ist nicht wirklich gerade geworden, deswegen hatte ich arge Probleme, meine Folie aufzutragen. Beim nächsten Mal würde ich es anders machen, das zeige ich euch aber dann auch, wenn es soweit ist, dann zeige ich euch, wie es besser funktioniert. Ich würde einfach meine Folie um den Tumblr legen, mit Klebeband festkleben und dann anfangen. So, ich fange jetzt erstmal an, mache mir einen bisschen, einen kleinen Streifen hin von der, von diesem, wie heißt das denn, Papier da hinten, mache ich mir ab, schneide das ab und versuche das Ganze zu platzieren. Bevor ich jetzt ein bisschen Schnelldurchlauf mache, kurz zur Erklärung meiner Stimme, mich hat es nach zweieinhalb Jahren dann tatsächlich mal erwischt. Ich bin Covid-positiv, ich bin in Quarantäne und dachte mir, ich kann jetzt sowieso nicht ins Büro, nicht arbeiten, nicht raus, ich darf ja nun mal gerade gar nichts. Also nutze ich mal die Gunst der Stunde und bearbeite ein paar Videos, weil ich in letzter Zeit beruflich bedingt überhaupt nicht dazu komme und einfach so viel um die Ohren habe. Und eigentlich ist die ganze Situation zwar auf der einen Seite total doof, auf der anderen Seite bremst sie mich einfach mal ein bisschen aus und ich komme vielleicht dazu, ein paar andere Dinge zu machen. So, before we start with the struggle with the vinyl rep, as I mentioned, the line was not straight, just a quick note, I will speed up this part anyway, because the video is almost one hour long and I won't take so much of your time. Excuse me for my kind of crooked voice, I don't know, after two and a half years, Covid hit me, I'm in quarantine and, but I'm okay, I'm really doing okay, it's more like a heavier flu and, well, but basically I'm fine, so I just have like a big flu and I, my voice is really creepy and, yeah, but I thought I will just use this time and edit my videos because I was so busy with work, after two and a half years, Covid, we finally get back to work in real life, in real life, after, besides YouTube. I have a travel agency and as you can imagine, Covid and a travel agency is not a really good combination, so we had a really, really tough time and now we are finally back to work and we are quite busy, fortunately we are quite busy, so I couldn't be really, really active on Instagram or editing a lot of videos and, yeah, so I thought I would just use this opportunity while I'm sitting here at home, not able to go outside and, yeah, make my videos. So, as you can see, I'm placing my vinyl onto my straight line, realizing that it's not straight at all, so I finally eyeballed it, it didn't work at all. I would recommend wrap your vinyl like this around your tumbler, then place, take a masking tape, a piece of masking tape, just fix your vinyl onto your tumbler and then start removing the backing. So it won't move anymore, it's stuck on your tumbler, you can remove your backing and it makes it much easier. with this technique, with my perfume bottle, this was just pain in the ass. Also, wenn ihr sowas macht, ich empfehle euch, legt euch das so drum, wie ich das gerade mache, haltet es fest, nehmt ein Stück Klebeband, ähm, hier Tesa, Klebeband, keine Ahnung, klebt euch die Folie an dem tumbler an der einen Stelle fest, kontrolliert nochmal, lasst es festgeklebt und dann fangt an, die Rückseite zu entfernen. Entschuldigt bitte, excuse me. Ja, also hier bin ich da wieder so ein bisschen am, ähm, ja, ich breche mir gerade einen Zacken aus der Krone und das ist etwas nervig, aber, äh, im Ende hat es dann doch, am Ende hat es dann doch funktioniert und jetzt gehe ich einfach hin und schiebe mir die Folie, Moment, kurze Pause wegen Husten, so, ähm, ich schiebe mir jetzt einfach die Folie auf den tumbler drauf, ganz langsam, damit nicht so viele Luftblasen sind und dabei löst sich ja hinten diese Klebefolie, und ich schiebe das einfach drauf. So now I'm just taking my vinyl, pushing it onto the tumbler, really slowly, take your time and removing the backing, basically by itself, by pushing the vinyl onto my tumbler. I hope this makes sense. I'm sorry if my English is messed up right now. Anyway, English is not my native language, so, um, and right now my brain is not working like, uh, like I wish it would. But anyway, yeah, so, back to the video. Um, yeah, I'm just placing my vinyl all around the tumbler and then we are going to fix the seam. So, nachdem wir jetzt einmal um den tumbler rum sind, versuche ich hier wirklich ganz vorsichtig jetzt, ähm, dass die Ränder, ähm, also dass die richtigen Stellen sich ein bisschen treffen, und dass das nicht komplett schief ist. Und, ähm, diese Folie kann man, auch dadurch, dass ich die mit dieser Sprühfolie eingesprüht habe, ist das nicht so wirklich direkt Papier. Man kann es ein bisschen ziehen und schieben, nur vorsichtig, damit man es natürlich nicht kaputt reißt. Aber es funktioniert relativ gut. So, at the seam, I'm just taking my vinyl and kind of pushing, pulling a little bit. Not too much, you don't want to tear your, your vinyl. But by carefully pushing, pulling and everything, it matches up pretty well. Not perfectly, but I think for my first attempt for a full wrap, I'm satisfied and that's okay. I have a little tiny overlap, so I just take my craft knife and cut this off. Ich habe also an dieser Stelle gleich ein ganz bisschen, weiß ich nicht, ein, zwei Millimeter, die das Ganze überlappt. Und dann nehme ich einfach mein, äh, mein kleines Messerchen hier und, ähm, ja, schneide das Überschüssige ab und dann sind wir mit dem Teil fertig. Und dann sind wir mit dem Teil fertig. Wenn man jetzt irgendwo noch kleine Bläschen hat, dann geht ihr einfach mit eurem Messer rein oder einer Stecknadel oder sonst was, pult, also macht da ein kleines Löchlein rein und dann könnt ihr die Luft da rausschieben und es wieder andrücken und dann sieht nachher wirklich keiner, dass da Luftbläschen sind. Macht ihr das aber nicht und lasst die Luftblasen da, dann werdet ihr das nachher unterm Harz sehen. So I do have some tiny little air bubbles underneath my Viner, so I just go in with my craft knife, poke a little hole and press it down. This works really well and you don't see any bubble in the end. But if you leave the bubbles and you put resin onto it, you will see the bubbles. So take your time, really, um, poke any tiny little bubble, remove the air out of it and then you have a really smooth surface, kind of ready to epoxy or ready to put anything on it. Yeah, I'm just doing my little holes and then we are ready for the next step. Also ich, ich, ich steche da noch hier und da ein bisschen rein, mach die Luftbläschen raus und dann geht's weiter. So, nachdem alle Löcher haben, sind wir jetzt fertig. So, nachdem alle Löcher haben, sind wir fertig. So, nachdem ich hier raus sind, gehe ich jetzt hin und ziehe mir die Folie über meinen Rand, also wirklich stramm nach innen, damit die wirklich gut anliegt und dann schneide ich das Überschüssige ab. So, after removing all those little air pockets, I just take the vinyl and kind of pull it over my rim, just to make sure that it's really adhered to the rim, I don't have any wrinkles or anything, and then I take my craft knife and just cut off the excess. So, jetzt habe ich hier ein für den unteren Rand so ein kleines Tool, das habe ich vom Heiko. Ähm, auch seine Seite verlinke ich euch, äh, derhelfende Hobbyharzer.de. Ähm, er macht mit 3D-Druck diese, ähm, diese Cutting Boards und damit kann man halt super sauber unten den Rand abschneiden. Das hat also wirklich super geklappt und, ähm, ja, also dieses Tool ist dafür echt Gold wert. So, I take my cut-edging, is it called cut-edging tool, I don't know, you know what I mean, you see what I do, and I just, ähm, make a straight line on the end of, on the bottom of my, ähm, of my tumbler and I remove the excess vinyl and now we have a straight line. Mir sind die Schmetterlinge, ähm, ein bisschen zu langweilig, Gold drucken ist ja schwierig. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ich nehme ein bisschen Tackett, einen Pinsel, und, ähm, male mir mit Tackett die Schmetterlinge vorsichtig an und mache ein bisschen, ähm, Gold, ähm, Microflakes von Dippon, also Goldglitzer drüber, einfach um den Schmetterling so ein bisschen mehr, naja, sagen wir, 3D-Effekt zu geben, einfach damit die etwas mehr glitzern. So, printing out gold is almost impossible. So, I thought I would just take my makeup brush, or an eyeshadow brush, some Tackett and apply this onto my butterflies and then I will just pour a little bit of gold flakes, ähm, gold glitter, this is a really fine gold glitter from Dippon, all the glitter from Dippon are called Flakes, so that's why I said gold flakes, and, ähm, just apply some gold flakes on top of my, ähm, butterflies to give them a little bit more sparkle, let this dry and then we can go in with, ähm, our first coat of epoxy. Also, ich male mir jetzt die Schmetterlinge mit Tackett an, dann kommt wieder der Glitzer drüber, dann lasse ich das Ganze trocknen und dann können wir eigentlich auch schon unsere erste Schicht Harz, ähm, auftragen. Das Tacket braucht immer nicht lange zum Trocknen. Ich habe einfach einen Föhn genommen. Ihr könnt einfach einen Haarföhn nehmen, nicht zu heiß. Euer Tacket trocknen, dann geht es ein bisschen schneller. Also jetzt machen wir einfach den goldenen Glitzer auf die Schmetterlinge und den Boden wollte ich jetzt nicht so einfach nur blöd weiß haben. Da habe ich mir weißen Glitzer, White Diamond von Dippon genommen und habe den Boden mit weißem Glitzer beschüttet. Also ja, ihr wisst, was ich meine. Also das einmal und eigentlich ist das alles selbsterklärend und ziemlich simpel und ich lasse euch einfach kurz ein bisschen zugucken, macht den Teil schneller und dann geht es weiter. So, danach, nach diesem Schritt, kam die erste Schicht Epoxy. Das habe ich jetzt nicht gefilmt. Ich habe mir eine Schicht Harz aufgetragen, habe das Ganze einmal noch ein bisschen geschliffen. Schön, dass das alles auch wirklich schön glatt ist und wollte mir noch einen Schriftzug auftragen. So, ich applied a layer of Epoxy, sanded the rim down, sanded everything smooth. Ich nehme meine Kraftknife und remove any excess Epoxy on my rim. Because I always want to make sure that after every layer of Epoxy, I sand down the rim. So that there is just a millimeter of stainless steel exposed to get a good seal in the end. So I just sanded down the rim a little bit, remove the excess Epoxy on top of the rim and then I will apply my vinyl. Also ich mache nach jeder Schicht Harz, mache ich mit meinem Messerchen einmal den Rand oben sauber und schleife auch einmal kurz den Rand an, so dass ich ungefähr ein Millimeter circa von dem Stahl wieder sichtbar habe. Einfach damit ich zum Schluss wirklich eine gute Versiegelung kriege zwischen dem Becher und meinen ganzen Schichten. So, jetzt zu meinem Vinyl, zu meinem Schriftzug. Ich hatte mir hier was Schönes ausgedacht und habe mir das Ganze geplottet. Das sind drei Schichten, also wie ihr sehen könnt, einmal weiß, einmal gold, einmal schwarz. Fand das irgendwie ganz nett, habe aber dann zum Schluss gesehen, dass, also als ich es aufgetragen habe, dass mir das überhaupt nicht gefällt und habe das Ganze wieder runter gemacht und was anderes drauf gemacht. Also ich zeige euch, wie ich es auftrage. Der letzte, also der Schriftzug zum Schluss ist aber ein anderer. So, ich habe ausgedacht, meine Vinyl, wie Sie sehen, drei Läger, weiße, gold und black. Ich habe meine Vinyl und dann habe ich herausgestellt, dass das alles total B.S. denn mit diesem White Backgrund, ich habe nicht so viele Schriftzug auf den ganzen Vinyl. Ich habe eine neue Vinyl gemacht, und ich habe nicht filmen diese Vinyl mit dem neuen Vinyl gemacht, weil es quasi die gleiche ist, aber in der Ende, Sie sehen, eine andere Vinyl, eine andere Vinyl. So, so, just to let you know. Um, the Vinyls, I just have regular white Vinyl I had in stock, und the gold is a textured Vinyl from Tech Wrap Craft. I will have a link for you in my description box for Tech Wrap Craft. They have amazing Vinyls. I really love the textured one. I love the textured champagne one. It's just an amazing color. I'm not into gold that much, but with the golden butterflies, I had to choose gold. But I love the champagne one. Also, ich habe die Folien sind, also das Weiß hatte ich noch, irgendwoher mal eine Rolle bestellt, schwarz ebenso. Das Gold ist so ein texturiertes Metall, nennt sich das. Das ist von Tech Wrap Craft. Die sitzen in den USA, die haben aber auch einen Europashop. Das heißt, ich verlinke euch Tech Wrap Craft Europe, da kann man das bestellen. Die haben also total tolle Folien. I just forgot. The Tech Wrap Craft foil, they have a Europashop, so that's why I just mentioned techwrapcraft-europe.com. But for the US, for the whole Northern America part, it's techwrapcraft.com. And I also have a discount code. They sent me an email asking if we can partner up, and I was just thrilled. So, of course, I said yes. And so, I will link my discount code for Tech Wrap Craft as well in the description box. Okay, applying the vinyl, we are done. And then it's basically done. I just sealed my vinyl. I always seal my vinyls with polyurethane. We don't have quick seal or quick coat here in Germany. I found a polyurethane, which works really, really well. And I just seal all my glitter or vinyl or anything with it. And it works amazing. Also, nachdem ich jetzt die Folie aufgetragen habe, mache ich noch eine Schicht Polyurethan drauf. Einfach damit, dass, damit die Folie sich nachher nicht abhebt, damit nicht irgendwie Harz drunter geht oder sonst irgendwas. Damit kann man auch ganz toll Glitzer versiegeln. Ich liebe dieses Zeug, das ist echt toll. Das habe ich euch in meinem Amazon Storefront verlinkt. Also, guckt auf jeden Fall in die Beschreibungsbox. Da findet ihr ein Amazon Storefront. Da habe ich jetzt auch eine neue Rubrik Tumblr eingebaut, wo ich solche Sachen mit verlinke, damit ihr es schneller findet. Ansonsten sind auch ganz viele Sachen unter, ja, künstlerisches, kreatives Zubehör. Da habe ich auch ganz viel drin. Ich will das noch ein bisschen bearbeiten, dass ihr unter Tumblr alles findet. Aber unter kreatives Zubehör ist auch ganz viel drin. So, I linked the polyurethane in my Amazon Storefront. So, if you are not able to get quick seal or quick coat or however they are called, this one works really well. and I linked it in the description box as well. I just sealed my seam there. I had a little, tiny little bubble. And I, yeah, I had a little bubble and sanded this down and then I removed a little bit of my black paint. So, I just take a black marker and just paint my missing spot of vinyl there and you cannot tell in the end result. Ich hatte da so eine Luftblase drin und habe die weggeschliffen und dabei das Vinyl ein bisschen kaputt gemacht. Deswegen nehme ich einfach jetzt einen schwarzen Edding, also hier so einen schwarzen Marker, male mir das wieder schwarz an. Sieht man im Endergebnis überhaupt nicht. Kommt keiner drauf, dass ich da mit einem Edding dran war. Gut, das also dazu. Ja, das Ganze lasse ich jetzt natürlich schön trocknen. Ich mache die Folie gleich wieder runter, weil ich gleich merke, dass das doof aussieht. Mach die neue drauf, wieder polyurethan drauf, lasse das schön trocknen. Dann kommen zwei Schichten Harz, finale Schichten drüber und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. So, I, yeah, as I mentioned, after realizing that I really didn't like the vinyl at all, I ripped it off, I made another one, I sealed it with polyethene again and then, yeah, we were basically finished. I just put two layers, two final coats of epoxy on top and we are done. Ihr bekommt gleich natürlich noch Close-Up-Bilder und wie schön das schimmert. Ach nein, stopp, halt. In meine letzte Schicht Harz, in die vorletzte Schicht Harz, habe ich ein ganz bisschen Moisanit Pearl von Dipon reingemischt. Before I forgot, in one layer of epoxy, I mixed in some Moisanit Pearl from Dipon, it's a really kind of shimmer, as you can see. Let this cure, put the last layer of epoxy on top and then she's done. So, here are some Close-Up Shots and I hope you like the video. I hope it's okay for you with my creepy voice. But anyway, let me know in the comments what you think, leave me a Thumbs up, subscribe to my channel and I will see you in the next one. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sorry nochmal für meine Stimme. Hinterlasst mir gern ein Abo, ein Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video.